Hallo und Herzlich Willkommen bei World of Warcraft ein Sägewerk Sägewerk des Kriegsunclans. So, ich werde es schneller abgeben, annehmen und sind ja schon mit der dritte. Sie fühlen auch schon 1.0. Die World hat keine Chance, deswegen. Nee, nee, nee. So geht das nicht weiter hier. So geht's? Dann wird das wahrscheinlich auch eine ziemlich schöne Runde werden. Aber ich bin ja der Geiste, mir ist gerade was passiert. Ich warte hier seit fast einer Stunde auf einer Runde und ich habe mich gar nicht wirklich auf die anderen Welt gehabt. Das fand ich voll witzig. Da warte ich immer voll lange auf der Runde. Und was ist, ich habe mich gar nicht für PvP angemeldet. Oh! 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 habe ja noch nicht allzu viel auf 1 2 3 4 5 7 8 9 25 machen die warte mal 10 12 13 13 25 habe ich nur schneller schnell aber egal dass sie selber umgebracht wenn man die Blume die übel rüber einmal Sonne ein Schlag dann müsste ich den einsammeln können ah komm schon komm schon ich krieg dich noch ich kriege dich noch super jetzt müssen wir auch die Runde gewinnen da nehmen wir jetzt mal meinen Kernhund und beißen den mal zweimal ein und wie gewonnen das war noch mal schnell aus der arena oder das mache ich jetzt gleich weiter so ich hoffe euch hat die Runde gefallen oder die zwei Runden einmal pvp arena und einmal haustier arena pvp arena bg bg einmal bg und einmal haustier arena jo ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss tschüss bg